Das zweite Thema, das uns ja an der IT-Beschaffungskonferenz interessiert, ist das Thema Beschaffung. Und deshalb werden wir jetzt als zweites Keynote gleich im Anschluss nun von Ann-Carolin Müller ein Intro kriegen. Und das ist nämlich das Spannende. Wir haben nämlich heute nicht nur, oder eben neben der Politik, auch eine sehr spannende Vertretung aus der internationalen Community. Ich brüsse Sie ganz herzlich hier vor Ort, kurz vor der Konferenz eingetroffen, noch aus Genf. Ich habe es gereicht, super. Ich darf Ihnen Ann-Carolin Müller kurz vorstellen. Sie ist Legal Officer bei der WTO, hat dort über zehn Jahre Berufserfahrung im internationalen Wirtschaftsrecht und der Verhandlungen dazu. Und kann deshalb auch als erster Hand aus dieser ganzen Reform, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, im Beschaffungswesen berichten. Spannend. Sie haben drei Mastertitel, habe ich gelesen, und sind praktizierende Rechtsanwälte. Rechtsanwälte dürfen in Deutschland und in England als Anwälte tätig sein und haben sich auch verschiedentlich veröffentlicht dazu. Ich freue mich jetzt sehr, ein sehr spannendes Referat zu hören zum Thema Beschaffungswesen, internationale Government Public Procurement Agreement, Beschaffungsbeispiel aus der Covid-Pandemie und natürlich auch die Themen Transparenz im Beschaffungswesen. Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Freude, hier zu sein heute Morgen. Die SBB hat mich gerade noch rechtzeitig hierhin befördert. Und ja, man lernt im Leben nie aus. Ich bin hier auch, um zu lernen, nicht nur um vorzutragen. Und insofern, ja, immer toll, vor einem neuen Publikum zu sein. Ich rede normalerweise viel auf Englisch über das Thema. Deswegen bitte ich im Vorhinein um Entschuldigung, falls mir hin und wieder ein englischer Begriff rausrutscht. Und ich wollte einsteigen mit ein paar Worten zur WTO selbst. Die WTO hat in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt ein etwas angestaubtes Image bekommen. Ein Image, wo viel von Blockade, es geht nicht vorwärts geredet worden ist. Und ja, trotzdem denke ich, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass da die Übergabe, Übergabe, und das gilt auch für die WTO. Die WTO ist da nicht nur, um Märkte zu öffnen und für Wirtschaftsliberalisierung, sondern das Ziel der WTO ist wirklich die Verbesserung der Lebensstandards weltweit, Arbeitsplatzschaffung und verbesserte ökonomische Bedingungen für, nicht nur für die Privatwirtschaft, sondern auch für die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten. Und das ist was, was immer mehr jetzt wieder in den Vordergrund tritt. Wir haben 164 Mitgliedstaaten aus aller Welt. Die Schweiz ist zum Glück auch dabei. Und die Entscheidungen werden durch Konsens getroffen. Und das ist das, wo es manchmal schwierig wird, wenn sich 164 Länder einigen müssen. Das Sekretariat, für das ich arbeite, unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Entscheidungsfindung und bei der Umsetzung. Wir sind aber nicht die Entscheidungsträger. Die Mitgliedstaaten treffen die Entscheidungen. Und wo jetzt wieder Hoffnung besteht und wo neuen Schwung in den Laden reingekommen ist, ist mit unserer neuen Generaldirektorin. Wir haben zum ersten Mal, sie kam innerhalb der Pandemie in der Krisenzeit, eine Frau an der Spitze der WTO. Sie ist Afrikanerin aus Nigeria, sehr erfahren, sehr qualifiziert und mit einem ausgesprochenen Interesse. Und da komme ich zurück zu den Themen der Konferenz. Persönlichem Interesse und persönlichem Engagement die WTO voranzubringen, was Themen wie Nachhaltigkeit, Korruptionsbekämpfung, SMEs, also kleine und mittelständische Unternehmen, Gleichstellung von Frauen und eine generelle Modernisierung der Organisation anbelangt. Und ihre eigenen Worte, ich zitiere hier ihre Reden, sagen, dass die WTO aufregend ist, die Agenda der WTO. Und dass die Zukunft digital ist, dass die Zukunft grün ist und insbesondere Dienstleistungen im Zentrum stehen. Und ich denke, das ist was, was hier auf der Konferenz wichtig ist, was für die IT-Branche wichtig ist. Und also unsere neue Generaldirektorin hat einen ganz ausdrücklichen Aufruf gestartet, dass die WTO, the WTO must grasp that future. Wir müssen diese Sachen bei den Hörnern packen. Wir müssen diese Themen angehen und da aktiv werden. Das hat sie jetzt auch schon ganz erfolgreich und praktisch getan in der letzten Ministerkonferenz, die im Juni diesen Jahres stattgefunden hat. Vor dem Hintergrund einer globalen Krise natürlich, der Pandemie, der Ukraine, Krieg, drohende Lebensmittelkrisen, die daraus entstehen können, Unterbrechung der Handelsketten während der Pandemie, Inflation, mit der wir jetzt zu kämpfen haben, generelle geopolitische Spannung und natürlich Klimawandel. Und die Organisation, wie ich schon gesagt hatte, war ein bisschen in Stocken geraten. Und trotzdem haben wir jetzt also eine erfolgreiche Ministerkonferenz abschließen können mit wichtigen Ergebnissen zur Pandemie, zu Covid-19-Impfstoffen und einem TRIPS-Waiver, Einkäufe des Welternährungsprogramms. Da haben sich die Mitgliedstaaten geeinigt, dass keine Ausfuhrbeschränkungen bestehen sollen, ein Moratorium zur Zollfreiheit von digitalem Handel, sehr wichtig für die IT-Branche natürlich, das bleibt weiter bestehen, und zum ersten Mal ein Abkommen direkt zum Umweltschutz im Bereich Fischerei. Außerdem haben sich die Mitgliedstaaten auch dafür ausgesprochen, die WTO-Reform generell voranzutreiben. Und das ist also der Hintergrund, vor dem wir jetzt stehen. Die WTO ist also im Wandel begriffen, ist dabei, sich zu modernisieren. Und ein Abkommen, was als Vorreiter vielleicht da schon gedient hat und was sich bereits vor der Ministerkonferenz erneuert hatte, ganz organisch als Teil des Arbeitsprogramms, welches in diesem Abkommen festgeschrieben war, ist das revidierte WTO-Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen. Das Vorgängerabkommen datierte aus dem Jahr 1994. Da kann man sich vorstellen, im Bereich Digitalisierung lief da noch nicht so viel. Im Bereich Nachhaltigkeit waren die Sachen auch noch nicht so im Fortschritt begriffen. Und das Gute ist allerdings, dass das das einzige Abkommen der WTO ist, was komplett neu verhandelt worden ist. Und das neue GPA, das neue Abkommen, wurde 2012 abschließend ausverhandelt und ist für die meisten Länder im Jahre 2014 in Kraft getreten. Die Schweiz hat das Abkommen als Gelegenheit genutzt, das eigene Vergaberecht zu modernisieren. Und dadurch hat es also für die Schweiz bis zum 1. Januar 2021 gedauert, bis das Abkommen in Kraft getreten ist, zusammen mit dem revidierten Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Und ich denke, das ist was, was also die Schweiz, manche haben sich gefragt, wieso dauert das so lange in der Schweiz? Ich sehe das als was Positives. Ich denke, um auf den Titel meines Vortrags zurückzukommen, wir sehen hier, dass die Schweiz wirklich das GPA ernst genommen hat und als Wegweiser genommen hat für die eigene Vergaberechtsreform. Und das in sehr positiver Weise. Was ist, Moment, ja, andere Mitgliedstaaten der WTO, die sich jetzt plötzlich für das neue Abkommen interessiert haben, sind Länder wie Australien, die Ukraine, Moldawien, Montenegro und Neuseeland. Und die UK, United Kingdom, die waren natürlich in einer etwas besonderen Position. Die sind auch nach dem Brexit wieder weiter beigetreten und weiter Mitglied geblieben. Gerade haben wir sehr aktive Beitrittsverhandlungen von Brasilien. Und wir sehen immer, dass diese Länder, die dem GPA beitreten, wirklich auch das GPA als Wegweiser nehmen, das Abkommen als Gelegenheit, den Beitritt zum Abkommen als Gelegenheit begreifen, ihr eigenes Vergaberecht zu modernisieren. Und ich werde später noch ein paar Beispiele zu digitaler Transformation aus der Ukraine zum Beispiel geben. Ich hatte noch einen Punkt, ja. Was ist jetzt neu im GPA und was sind die Ingredienzien des GPA? Wir haben auf der einen Seite Regeln zum Beschaffungswesen und hier haben wir jetzt neue Themen im revidierten Abkommen. Das ist Korruptionsbekämpfung, das ist mehr Transparenz, insbesondere durch elektronische Vergabe. Hier haben wir also einen Digitalisierungseffekt, mehr Flexibilität für Entwicklungsländer und ganz neu ausdrückliche Bestimmungen, die umweltbezogene Auswahlkriterien und auch Zuschlagskriterien zum ersten Mal ausdrücklich unterstützen. Generell folgt das GPA einem Konzept von Qualitäts- und nicht nur Preiswettbewerb. Das sind also die Regeln zum Beschaffungswesen, die ein wichtiger Grundstein im GPA sind. Dann auf der anderen Seite, die WTO ist dafür da, Märkte zu öffnen, das GPA auch, haben wir die Marktzugangsverpflichtungen. Und die sind wirklich für jede Vertragspartei einzeln ausverhandelt. Die Schweiz hat also sogenannte Annexes, Anhänge zu dem Abkommen, wo ganz genau beschrieben wird, welche Vergabestellen vom GPA umfasst sind, welche Güter, Dienstleistungen und Bauaufträge. Und wichtig hier, und da habe ich noch eine Folie dazu, sind die Schwellenwerte. Das GPA wird also nur über gewisse Schwellenwerten angewendet und unter den Schwellenwerten können die Mitgliedstaaten also auch nationale Vergabemärkte stärken, nationale SMEs bevorzugen, wenn sie das für richtig halten und insofern einen guten Ausgleich schaffen. Ganz wichtige Ingredienz bei der Ausverhandlung des neuen GPA sind die Arbeitsprogramme zu Zukunftsthemen. Und hier kommen wir wieder zurück auf die Themen der Konferenz, auf unsere Themen heute. Nachhaltige Vergabe, ein Thema, was für die Schweiz immer wichtig ist, kleine und mittelständische Unternehmen. Und auch statistische Vergabedaten, die natürlich, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, die Visualisierung von Vergabedaten immer ein großes Thema. Und diese Arbeitsprogramme sind also ein Forum zum Austausch zwischen den Mitgliedstaaten, wo einzelne Mitgliedstaaten ihre Best Practices, ihre Erfahrungen mit anderen teilen können und wo die Länder voneinander lernen können. Also wieder zurück zum Austausch, Open Source, Wissen teilen, Best Practices teilen, das machen wir in der WTO also auch. Das GPA will keine Blaupause für Vergaberecht sein, es will kein starres Gerüst sein, sondern es will Flexibilität bilden. Und natürlich ist die offene oder selektive Vergabe, die offene Vergabe mit Wettbewerb der Standard. Wir sehen aber auch, dass Einladungsverfahren und Direktvergabe oder freihändige Verfahren möglich sind bei Vorliegen von besonderen Umständen. Und für den IT-Bereich vielleicht wichtig, also das ist möglich bei mangelndem Wettbewerb aus technischen Gründen, bei zusätzlichen Lieferungen und Schwierigkeiten im Anbieterwechsel, zum Beispiel aus technischen Gründen. Und das ist auch wieder ein Thema, also inwieweit bei der IT-Vergabe besteht Interoperabilität, sodass man also Wettbewerb auch bei nachfolgenden Vergabeverfahren aufrechterhalten kann. Inwieweit besteht ein Lock-in-Effekt, wenn sich die öffentliche Hand mit einem bestimmten Anbieter erst mal sozusagen angefangen hat, muss man dann mit dem weitermachen. Natürlich interessante und spannende Fragen. Die elektronische Vergabe ist also wirklich ein neues zentrales Thema im GPA und die elektronische Veröffentlichung von Vergabeanzeigen ist nun zwingender Mindeststandard auf Bundesebene. Die Schweiz hat das natürlich mit dem C-MAP-System umgesetzt. Schon bevor sie dem neuen GPA mit beigetreten ist, hat sie natürlich während der Verhandlung des neuen GPA schon gesehen, dass hier was passiert, hier was gemacht werden muss. Und ich weiß, dass gerade wichtige Neuerungen im C-MAP-Bereich stattfinden. Insofern, das ist was, wo ich sehr gerne noch mehr erfahren würde. Und ja, das GPA ist also da als Wegweiser im Bereich elektronische Vergabe. Was heißt das, Wegweiser? Wegweiser ist ein Pfosten auf dem Weg, nicht das Endziel. Das GPA will also nur gewisse Wegweiser setzen, gewissen Mindeststandards, wo also gesagt wird, okay, man muss eine Vergabeanzeige elektronisch veröffentlichen. Ist das ein voll ausgebautes elektronisches Vergabesystem? Nein. Kann man das mit dem GPA machen? Ja. Will das GPA das? Ja. Das GPA ist also da, um zu sagen, das ist die Richtung, die eingeschlagen werden sollte. Das ist der Mindeststandard. Das GPA will aber nicht sagen, wir sind der Weisheit letzter Schluss, sondern gerade ist es mehr so, dass die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen sind, diese kleinen Punkte, diese Brotkrum, Hänsel- und gerätemäßig, die das GPA setzt, weiter zu entwickeln und wirklich auszubauen. Und genau ebenso ist es im Bereich Umweltkriterien. Das GPA hat jetzt also ausdrücklich Artikel, die sagen, man kann Umweltmerkmale in die technischen Kriterien mit eingliedern. Man kann auch die Zuschlagskriterien an Umweltkriterien ausrichten. Wir haben Qualitäts- statt Preiswettbewerb. Das ist alles sehr klar. Bedeutet das, dass das GPA ganz praktisch sagt, wie man am besten eine nachhaltige Vergabe strukturiert? Nein. Hier sind wieder die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, mehr zu machen, als das GPA verlangt und über die Mindeststandards hinaus zu gehen, um ihre eigenen Ziele in diesen Bereichen zu erreichen. Das GPA zeigt seine Wirkung. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel Wirkung, was jetzt offene Vergabe versus freihändige Vergabe anbelangt, da sehen wir, dass statistisch 85% der vom GPA umfassten Vergaben in der offenen Vergabe stattfinden und nur 15% freihändig vergeben werden. Man sieht aber auch, dass in den letzten Jahren wieder mal ein Trend zu mehr freihändiger Vergabe da ist und das GPA also auch eine Wirkung hat, sozusagen, wenn politische Trends wieder aufkommen, auch ein bisschen zu bremsen und zu stabilisieren. Und das macht das GPA also. Wie hat das GPA in der Pandemie sich ausgewirkt? In der Pandemie, das ist natürlich eine besondere Situation, da wollen wir wieder die Flexibilitätsaspekte des GPA in den Vordergrund rücken lassen. Und wir sehen also, dass in der Pandemie selber, wenn man sich anguckt, also Grippeimpfungen vor der Pandemie, 91% offene Vergabe, 9% freihändige Vergabe. Jetzt gucken wir uns die Covid-Impfstoffe an. Da haben wir 89% freihändige Vergabe und nur 11% offene Vergabe. Also Pandemie, Ausnahme, wo das GPA nicht oder nur mit Einschränkungen anwendbar ist. Man sieht sofort, die Trends kehren sich um. Macht das Sinn? Natürlich, es ist eine besondere Situation, da muss man vielleicht auch mal freihändig vergeben, aber trotzdem, worüber man nachdenken muss und wo es auf jeden Fall wichtig ist, die Daten zu haben und die Daten visualisieren zu können, damit man diesen Reflexionsprozess anstoßen kann. Hier sind nochmal die Schwellenwerte. Wir sehen, unter diesen Schwellenwerten ist das GPA also nicht anwendbar und die sind also in Special Drawing Rights EMF-Währung ausgedrückt und werden dann in die Nationalwährung umgewandelt. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen zum E-GPA-System. Das ist ein Softwareprojekt oder ein Digitalisierungsprojekt, was wir im WTO-Sekretariat hatten. Mein Kollege war dazu zuständig und das bestand darin, diese Annexes, diese Coverage, also die Marktzugangsverpflichtungen der Länder besser darstellbar zu machen und besser zugänglich zu machen. Ich habe hier mal mir angeguckt, was Computer and Related Services anbelangt und sehe, also es besteht viel Marktöffnung in dem Bereich, also eine Gelegenheit auch für Schweizer Unternehmen international an Ausschreibungen teilzunehmen. Güter im Bereich, ja, digitale Güter sind generell umfasst und hier nochmal der Aufruf, das E-GPA als wichtige Informationsressource wahrzunehmen und zu nutzen, wenn man sich dafür interessiert, wo man Marktzugang hat und was die Verpflichtungen auch der Schweiz sind. Also generell, im GPA geht es um Gleichgewicht und Solidarität. Auf der einen Seite muss man Importe in gewisser Hinweise zulassen, auch im Bereich öffentliche Vergabemärkte. Auf der anderen Seite wird auch die Exportwirtschaft gestärkt. Auf der einen Seite stellt das GPA wichtige Mindestkriterien, die als Wegweiser eingehalten werden müssen. Auf der anderen Seite haben wir auch Flexibilität und die Möglichkeit über die Mindeststandards, gerade im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter, hinaus zu gehen. Und Wettbewerb ist natürlich ein wichtiges Ziel. Auf der anderen Seite besteht aber auch Raum unter den Schwellenwerten, zum Beispiel zur Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Jetzt noch ein paar Slides zur Visualisierung von Beschaffungsdaten. Wie ich gesagt habe, Länder, die dem GPA beitreten, haben diese Wegweiserfunktion des GPAs sehr gut verstanden und auch die Tatsache, dass man über das GPA idealerweise noch hinausgeht. Und hier sehen wir die Ukraine, die hat also zum Beispiel den GPA-Beitritt genutzt, um Korruptionsbekämpfung durch Digitalisierung zu unterstützen und hat also ein ganz neues Konzept für elektronische Vergabe sich erarbeitet, wo also der Grundsatz ist, dass strukturierte Daten verwendet werden, die an einer Schnittstelle, die von der öffentlichen Hand kontrolliert wird, zusammenlaufen, die aber in der Praxis, also die Vergabeportale, können von der Privatwirtschaft dadurch, weil es Open Source ist, betrieben werden. Die stehen im Wettbewerb miteinander, die beste Dienstleistung im Bereich Vergabe anzubieten. Und es ist also so, dass das eigentliche Vergabeverfahren über diese miteinander konkurrierenden Portale stattfindet und die Daten dann an die öffentliche Hand, an die Regierung fließen. Und dann, dadurch, dass es strukturierte Daten sind, die also gut miteinander aus den einzelnen Portalen kompatibel integriert werden können, kann man die auch gut visualisieren. Und wir sehen jetzt, dass die Ukraine noch weitergeht und diese Form von digitaler Vergabe jetzt auch nutzt, um Nachhaltigkeit zu unterstützen und also besser verfügbare Nachhaltigkeitskriterien in die Vergabesysteme einzubauen, sodass also auch für die öffentlichen Vergabestellen es leichter wird, nachhaltige Vergabe in der Praxis umzusetzen. Und ProSoro hat jetzt auch gerade von den Vereinten Nationen ein Public Service Award gewonnen, weil es also auch genutzt wird, um staatliche Assets, staatliche Güter zu verkaufen. Also nicht nur einkaufen, sondern auch verkaufen mit den gleichen Prinzipien der Öffentlichkeit, der Transparenz und durch ein digitales Netzwerk. Das ist ein Beispiel von internationaler Erfahrung mit Open Contracting, um wieder zurück zu den Themen Openness, Open Source, Schnittstellen und so weiter zu kommen. Und ich war sehr, das ist hier das Open Contracting Partnership, mit dem also viele Entwicklungsländer zusammenarbeiten und leapfroggen, also weite Sprünge nach vorne machen durch diese strukturierten Daten. Und es gibt jetzt auch, basierend auf dem Konzept von Open Tendering, ich weiß nicht, ob das, was das hier im Raum bekannt ist, für mich war das, was ich jetzt neu entdeckt habe, eine Initiative Open Tender, wo also verschiedene NGOs und auch Universitäten zusammenkommen und gucken, was an öffentlich verfügbaren Daten im Bereich Vergabe in den einzelnen Ländern zur Verfügung stehen und versuchen, diese Daten zusammenzutragen und zu visualisieren. Und das hier sind jetzt also Schweizer Daten aus dem Bereich IT-Services. Diese Leute arbeiten non-for-profit und versuchen also das Beste aus den Daten zu machen, die man so öffentlich finden kann, die also Open Source sind und sind immer darauf angewiesen, dass wenn sie irgendwas nicht richtig dargestellt haben, nicht richtig verstanden haben oder die Daten lückenhaft sind, noch weitere Inputs aus den Ländern zu bekommen. Also hier ein Aufruf, wenn hier irgendwer mitarbeiten will oder was sieht, was korrigiert werden muss. Ich weiß nicht. Wir sehen hier zum Beispiel, dass eigentlich sehr viel Open Tendering gezeigt wird, was so ein bisschen im Kontrast steht zu den Daten, die wir vorher gesehen haben. Da frage ich mich, brauchen die noch ein bisschen Input aus der Schweiz oder ist das die richtige Situation? Insofern ein Aufruf, also das GPA als Wegweiser zu nehmen. Ja, aber noch mehr zu machen, gerade im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit als das, was das GPA als Mindeststandard verlangt. Und wirklich, ich möchte gerne, dass hier alle mitnehmen, dass die WTO auch in einem Erneuerungsprozess ist. Die letzte Ministerkonferenz zeigt die bestehende Relevanz der Organisation. Das GPA war ein Vorreiter im Hinblick auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Korruptionsbekämpfung. Und das sind natürlich Themen, die für alle Länder relevant sind. Das GPA kann als Wegweiser bei internen Reformen dienen. Und hier die offene Frage, wie kann sich die IT-Branche aktiv für Neuerungen in der Schweiz einsetzen und dafür sorgen, dass die Schweiz also nicht nur die Mindeststandards erfüllt, sondern das GPA als wirklichen Wegweiser und nicht als Endziel begreift. Vielen Dank.